Kann nur besser werden. Was meinst du? Auf jeden Fall nach oben, also gehen wir nach oben. Hä, ist doch hier... Was ist denn hier denn? Aha, aha, nichts. Oh, wir gehen ganz im Docken. Gibt es auch eine? Ja. Ne, ja. Boah, Secret. Cool, dass du die gefunden hast. Super. Verlustig. Ne, ich weiß, lass mich doch. Lass mich doch. Du musst mit der Wolke gehen, ich geh mit dem Fließband. Gehst du mit der Wolke? Ja. Ja. Wir müssen ja beides abdecken. Nein! Nein! Okay, du bist so weit. Willst du zu mir runter kommen? Äh, ja. Oh, scheiße. Na toll, ey. Was ist denn hier? Echt, sind wir deswegen runtergegangen? Wow! Das ist ja richtig. Boah, dann muss ich mich so sagen, ich mach gleich den Pilz runter. Ich nehm die Wolken. Ich würde jetzt ehrlich gesagt lachen, wenn du jetzt klein werden würdest. Dann würde ich hier richtig lachen. Mal an, komm ich da nicht hoch. Wahrscheinlich an der anderen Seite. Warte, 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 warte. Schön bei mir bleiben. Ja, ich versuch's doch. Kannst du rüberkommen? Oh. Ja. Ja. Oder genau, du kannst ja hoch einfach, ne? Ich glaub, du bräuchst es hier auch, um Katzenpower ab, um hoch zu kommen. Geh einfach ohne mich. Lass mich alleine! Okay, dann. Lass mich im Stich! Das ist Zeit. Ja. Und ein lustiger Stern. Nein! Warte doch mal. Ich wollte schon ein paar Kitzen kaputt machen. Achso. Der Bildschirm hat sie schon gespielt. Du hast ja sogar einen Pilz gefunden, ne? Guck mal, wenn man lange noch zu... Boah, da ist wieder so ein lustiges Indieganz. Obwohl, ich war das genau. Da ist sogar Pixel direkt bei uns. Oh ja. Da, in der Ecke. Genau so. Aber da oben ist noch ein grüner Stern. Und da ganz oben ist der Stempel. Ich hab zwar nichts gesehen, aber... Mann, erst mal. Goodie! Du hast gesehen, dass man sich... Ja, das war richtig schön. Das war richtig schön. Du, guck mal, ich hab dir einfach... Du bist in die Katzenblock. Du hast mir einfach eine Dinge gekauft. Das stimmt doch gar nicht. Du hast doch eins gab. Ja. Ja. Sonst... Wenn ich sag mal, die Zeit drin, gehst du rein. Ja. Schnell! Hetzt mich nicht. Doch. Aber du wirst gleich da rein teleportiert. Deswegen. Oh boy. Boah. Sehr gut. Manni! Manni! Links, 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 links! Okay. Eines Tages. Du springst. Und ein Kleidern. Genau. Perspektive ist halt scheiße. Das hat sie ja richtig gelohnt. Ja, richtig. Manni! Wer kann auch die Idee dahin zu gehen? Ja, du! Ganz ehrlich. Ich bin nicht irgendwo gelohnt wie du. Du, ich mach keine Pose. Bam! Hast du gesehen? Ich hab die einfach gebammt. Gebammt? Ja, ich glaub die hoch. Okay. Falls er sagt nein, red... Walla! Nein! Boah krass. Egal. Ich bin trotzdem da hoch. Ja Manni. Besser als nichts! Ja, das stimmt. Das andere war enttäuschender. Oh, jetzt wirds die... Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Können wir auch das machen, ne? Was haben wir hier? Achso. Ist ja noch... Zeit! Kann man den auffahren? Wow. Das war nicht so wie gedacht. Lockern! Kommst du? Na so, gehts da oben dann. Geh die Wolken. Ok. Ich glaube rechts ist irgendwas. Oh, das ist glaube ich doof, ne? Oh, das hat gut geklappt. Eins, du, ne? Ja toll. Oh! Ja, deswegen wollt ihr hier unten bleiben. Ja, ich gehe jetzt einfach weiter. Ok. Warte, du musst links hoch. Äh, du musst da hoch, ich kann nicht... Achso. Du bist für die Katze. Ja, hier hoch musst du. Ok. Da auf diesem Block drauf. Links, links, links. Nicht kaputt, Mann, nicht kaputt, Mann. Perfekt. Jetzt einfach ins Spiel. Bam. Heldenhaft, ey. Jawoll. Ich muss jetzt sagen, ey, es ist immer so eng, ey.